Digga, kann ne Helms. Digga, Wieland, du brauchst ne Helma, da brauchst du ein Brummankopf. Ich hab gefoult, warte, ich hab nicht mehr was gedreht. Helva. Jawoll. Noch ein Elfmeter und Ramos hat gelb Brummut. Digga, in der Halbwahl und er ist gequillet. Innerhalb von 5 Minuten kriegt dein Gelb Brot. Oha, ein Future Star. Quadiol im 83 Plus, ja moin. ETF? Ich dachte, ich ziehe jetzt hier eben diese dreckigen Packs weg. 320.000, ja moin. Die Reichen werden reicher, Chat, was soll ich euch sagen? Und noch ein Info-M-Workout hinterher. Ja, nehm ich auch mit, den Kolo. Ederson ist auch nicht besser, er springt sogar noch zur Seite. Dicker Tuban. Wie war einer aus der Klasse von Hendrik oder was? Guck dir bitte an, wie mein Ember P. Totti von Van Dijk eingeholt wird. Er ist der schnellste Spieler in ganz FIFA. Boah, aber du hast zu gefickt, Digga. Er hat einfach beim 2-0 gegridigt und liegt jetzt 4-2 hinten. Du mein Nutten-Sauber-Show. Was? 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 Junge, er spielt den Ball, Mann. Was? Ich hab nicht mal was gedrückt. Digga, Verlängerung. Digga, kann nicht mehr. Digga, wie lange du brauchst eine Hema da, aber auch zum Brummankopf. Ich hab gefoult. Was? Ich hab nicht mehr was gedrückt. Was? Es ist so ein Clown-Spiel. Und warum wieder? Weil Gala-Wappen. Ja, und jetzt frisst du den Gritty, weil du ein dickes Stück. Und noch eine Runde. Er kriegt auch eine Nachricht. Ich schreibe, frierst du Hunde-Emojis. Was ist das? Das ist ein Klaus auf ein schlechter Pick. Krymmen. In Spanien. Verbrauch, oh, oh! Er skippt! Er skippt! E a aware away 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 , eh weensawallllllllllllllllllllllmann auch mal Junge, der macht wirklich Piep-Geräusche, wenn du dich mit dem Bewegstuhl gehörst. Wie unbewusst. Ich wusste gar nicht mehr, dass der einen Eiken hat. Digga, was hat Kaptevia für einen Schuss? Ich kassier Bug-Gready von Kaptevia. Bugschuss, Bugschuss und Gready. Digga, ich kassier noch einen Bugschuss von Kaptevia und wieder... Digga, was ist denn diese Karte? Er macht zweimal das gleiche Tor, Mann. Er hat ja auch Bock, Stat-Reveal zu machen. Aber ich glaube, man kann die Spieler eh gar nicht erraten, oder? Wobei, eigentlich ist schon witzig, so ein Stat-Reveal. Ich glaube, wir machen ein Stat-Reveal. Dann kann man an den Sets sehen, ob der Spieler vielleicht gut ist oder nicht. Ich muss X, R3. Dann, was muss ich dann machen? Zweimal R1. Jetzt wird kein Torwart. Digga, 98 Ausdauer, direkt mal. 98 Aggression. Den habe ich nie erwischt. 94 Jumping, aber keine Stärke. Digga, hey, was ist das für eine Karte? Das ist ja trotzdem eine Offensivkarte sein, oder nicht? Guck, gerade er erkannt, er hat auch mehr Defending. 83 Defending. Da war echt mal vielleicht so ein Fred. Wenn ein Dribbling hoch ist, dann ist es vielleicht Fred. 90. Boah, was? Der Ratti wird es auch noch geben. Stimmt für Ratti. Der Ratti kann es auch sein. 86 passen. Ich glaube, der Ratti hat mehr Pass. 76 schießen. 85 Pace. Fred. Fred ist gut. Fred, ich dachte, dass das der erste Spieler ist. Der kann natürlich noch mehr drin sein, aber ist solid. Mal ganz kurz, was der kostet. 303k. Ja, okay. Dann die Wette direkt auflösen und nochmal die gleiche Wette für die anderen vier. So, weiter Spieler. Weiter Spieler. Er hat 81 Physis. Also, ich hoffe, dass es eine Offensivkarte ist mit den Werten, weil Defensivkarte wäre ein Vollbruch. Was ist eine Defensivkarte? Wobei, es könnte ein ZM sein, immer noch. 84 Dribbling. Er ist hochkann. Kann auch noch ein Außenverteidiger sein. Ja, ein kleiner Außenverteidiger könnte es auch sein. Vielleicht ein Alba. Wobei, Alba hat mehr Dribbling, oder? 92 passen. Das wäre Ratty? Der Ratty hat auch mehr Dribbling. Trent. Das ist stimmt. Trent. Könnte das gut sein. Wer hat 92 passen, das muss Trent sein. Tiger. Was ist der nächste über 300k? Was? Erik, du Schande. Was sagst du meinem Player-Bild? Der ist extinct. Ja, 340k. Der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Ist aber auch keine Ausdauer. Das muss ein IV sein. 78 Ausdauer wäre überall scheiße, außer beim IV. 88 Dribbling. Jo. 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 71 Dribbling. Das stinkt natürlich nach mächtigem Stinky. Komori. Nein, Lava. Wenn das jetzt der dritte gute Spieler ist, der Lava ist so scheiße. Können noch voll viele sein, glaube ich. Ja, Komori ist der. Dann wird es hier wirklich skandalös langsam. Varan könnte es auch sein. Passen richtig schandig. 45 Schuss. Komori. Junge, was? Einfach drei von drei Spielern ein Win bisher. Was? Ich weiß nicht, wen ich nehmen soll. Okay, wir haben noch zwei. Vielleicht kommt ja auch noch ein Namer. Vielleicht kommt ja auch noch ein Namer. Dann fällt mir die Entscheidung einfach. Komori 540.000 pro. So. Vierter Spieler. Der vorletzte. Bisher drei von drei gut. Und wieder kein Torwart-Chat. Und es ist 94 Ausdauer. 86 Stärke. Und von der Aggression her würde ich sagen, ist es eine Offensivkarte. Aber eine große Offensivkarte. Wenn der auch wenig Jumping hat, ne? Aber Ibrahimovic ist es safe nicht. Er hat keine Defensive. Auch kein... Ich glaube, das ist ein Charme. Könnte der allererste Charme sein. 89 Dribbling. Eigentlich okay. Aber keine Beweglichkeit. Ist das... Ich glaube, das ist so Quagliarella, würde ich so sagen. 91 Schießen. Vielleicht ist es auch ein Future Star, die ich gar nicht... Die ich gar nicht im Blick habe. Ne, ist das passend. Jetzt kann ich schießen. 87. Wenn der jetzt ein gutes Tempo hat... Da kracht es. Okay, da kracht es dann. Digger Tadet. Ja, okay. Auf den wäre ich niemals im Leben gekommen. Wusste nicht, was der eine Karte hat. Weg mit dir, junge Uwe. Und unser letzter Spieler. Wenn das jetzt ein Tor hat, wird es ein bisschen hoch. Kein Torwart. 81 Physis. 90 Ausdauer. Das sieht halt weder nach einer ZM-Karte aus oder Außenverteidiger. Gut, das ist keine ZM-Karte oder Außenverteidiger, sondern es ist ein Angreifer. 91. Boah, die Dribblings jetzt sind krank. Bis auf Ruhe. 91 Dribbling. Jesus könnte das sein. Jesus hat so viel Kopfball. 81 passen. Gut. 88 schießen. 90, das ist eine gute Karte. Das ist ein Ressourcen. Das ist ein Ressourcen. Digger, was ist das für ein Pick? Was? 700k ist der wert? Scheiße, ich weiß nicht, wen ich den nehmen soll, ehrlich gesagt. Tomori oder Ressus? Ja, wahrscheinlich einer von den beiden. Also Ressus hatte ich im Draft, da war der echt gut. Aber der hat nur drei Sterne Weakfoot. Das stinkt natürlich ein bisschen. Tomori stinkt ein bisschen, weil ich halt gute Innenverteidiger habe. Theo und Bellingham linkt Tomori. Ist schon ein guter Call, ja. Aber es fühlt sich ein bisschen schlechter an, nicht den teuersten zu nehmen. Wisst ihr, was ich meine? Der nicht zum Muri einen Boden los. Muri kann man halt auf Safe bis Tots durchspielen, ne? Ihr habt schon recht. Und ich hab halt Theo. Den teuersten? Nein. Ich will nehmen den, der mein Ding ins Linkt. 4 von 5 bei dir mehr wert als mein ganzer Pick. Ich war auch wirklich schon bei Trent. Also ich muss sagen, bei Fred war ich noch so ein bisschen. War ich noch so, hm, ja okay, hoffentlich kommt noch was Besseres. Aber bei Trent war ich schon voll zufrieden. Bei Trent war ich schon so, okay, war eine gute Entscheidung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.